Eine sanierte 3-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wurzen. Bei einer Wohnfläche von ca. 77 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 490 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Und Sie sind in Wurzen. Werpte und Exkorde deutsche Fleischman zu hause 225-Vunch. Niemals und Untertitelung des ZDF für funk, 2017